Ich bin ja gleich mit dir. Achso, hier. Wo ist der? Hab ich dir gedroppt? Nee, ich such den Rucksack. Ach, den Rentschweiner brauchst du. Ja, den Rucksack hab ich auch gern. Aber der Rentschweiner liegt hier nicht. Ja, toll. Wo ist denn der? Ich hab den gerade gelegt. Der liegt einen Stock bei der da oben. Na hier. Hast du ne SKS Munition? Kann ich dir auch mal geben. Ich hab keine SKS. Was hast du denn? Mosin. Ja, ich mein Mosin Munition, sorry. Ja, dann gib mir den bitte. Liegt hier. Ja, ich hab ein bisschen Schlafmanger. Du hast aber nachgeholt, ja. Ja. Ich hab immer Schlafmanger quasi. Hier liegt ein Mosin Munition, der nicht aufnehmen würde, aber das macht er nicht. Tipp aus. Seid. Aus. Komm ich hier nicht rein, weil dieser blöde Rucksack da vorliegt. Komm ich hier nicht rein, weil dieser blöde Rucksack da vorliegt. Das ist ein Lügel, ne? Das kann sein, ja. Trinkflaschen braucht keiner mehr, ne? Nee. Äh, ecker. Echt? In dem ersten grünen Haus ist einer oben. Ne Kantine. Ah, die ist... Damaged glaube ich. Macht ja nix. Oh, da hab ich ne... Ich hab ne Wasserflasche. Eigentlich reicht die ja auch, ne? Ja. Oh, ist denn... Jeans? Scheint sich ihm Frischi entkleidet zu, ne? Nehm ich die jetzt mit, oder nicht? Mal mit. Hier ist so ein grüner Talunbeck. Brauchst du nicht, ne? Ja, den hatte ich auch schon gesehen. Der warst im Gasthaus gerade gewesen, gell? Ja. Sollte jetzt nicht erlohen. Ja, nee, der ist halt kleiner. Wer rennt denn da hinten die Straße lang? Digga... Nee, grü... Gelber Rucksack... Gelber Regenmantel? Nee. Komm die Straße lang. Gelber Regenmantel ist keiner von uns. Da kommt noch einer. Die sind zwei. Wo? Ich glaub die sind im Gasthaus drin, da. Einen hab ich. Da ist aber noch einer. Wo ist denn... Welches ist denn das Gasthaus? Das rote Backsteinhaus. Habt ihr einen? Ist er nach hinten reingegangen? Ist hinten rein. Das Gasthaus. Also im Gasthaus drin? An der T-Kreuzung das Ding? Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Oder wer rennt da rum? Ich bin in dem grünen Gebäude drin. Okay. Der ist hinterm... Der ist hinterm... Der ist hinterm Gasthaus rein. Der ist da jetzt hinter das grüne Haus. Ja. Ich hab dich auch gesehen. Okay. Ich bin links... Rechts von dir. Der rennt jetzt rechts wieder rum. Das ist Backsteinhaus, ja? Rechts im Backsteinhaus. Wir haben noch zwei Schuss im Lauf. Geht da rechts rum. Warte, pass auf. Der ist da hinter. Der ist genau da hinter. Der steht da hinter dem grünen Haus. Der ist jetzt eins weiter gegangen. Da ist ein Zombie hinter dem. Der rennt auf die Hauptstraße. Ist der ein Wald rengegangen? Rennt den Wald rein. Rennt den Wald rein. Er getroffen. Ich weiß aber nicht ob er tot ist. Ja ich geh mal mit dem mit seinen gelben Regeln mal zu checken. Ich sitz an dem rot-grünen Haus rechts neben dir. Ich weiß nicht ob er tot ist. Da kommt ein Zombie auf dich zu. Ja. immer einer gucken ob der tod ist ich sehe nicht verliebt den ich getroffen hat der ist der ist es ist der die puls er lebt noch er ist er tot habe ich umgebracht dass ich die gesehen habe ich den augenwinkel immer drin sind aber der scheint der scheint mir auch gesehen zu haben weil der hat sich um die ecke bei mir gestellt und den habe ich aber gut getroffen wie er hat noch da kommt noch einer seit jetzt ein bisschen weiter vorne wir sind jetzt an dem anderen typen jetzt rüste doch mal aus aber ich lute mal den einnehmen der hat bisschen shotgun munition fast alles kaputt hier jetzt habe ich habe ich die wache auf wo hat ihm wieder puls von der ich habe die russgruppe drauf echt leistet ja kannst du den nehmen für deiner er ist auch gut da der mädchen aber die funktionieren meistens damit ich habe ein bisschen es gibt es nicht nur gesnackt von dem und die shotgun munition wirklich immer das funktioniert trotzdem nicht ich habe mich jetzt gerade noch gebandagiert obwohl der die blutung gestillt hat bei mir stand auch noch ewig ewig die ding wo hat er das sks ding der oskop hat da drinnen das kannst du auch für die es da da oder für die mosin hat für die mosin nehmen hatte ich glaube nicht mehr geht nicht mehr sks müsste aber gehen da ist es von uns ja ich kann die hatte einer die bandagen schon mitgenommen kann da gar nichts nehmen wenn ich auch in den backpacken er ist aber rund er müsste erst die sachen einmal anziehen wenn ihr die haben wollte ich mach dann mal eben ich will die sachen eigentlich rausziehen aus dem essen kann ich auch nicht nehmen aber dann schon einer versteckt eigentlich doch nicht oder ich hatte gerade problem weil ich habe zwei dosen jetzt ist die der rucksack ich wollte den jetzt müsste ich habe mit dem pack ich könnte sie aufnehmen jetzt geht es ich esse die offene große was soll die verschwendung denn und die uskop da drin ja ich kann das nicht auf die mosin packen leider doch geht doch ja wahrscheinlich weil das war die heute gemacht bei dem anderen ja bei dem gelben der hatte nichts mehr ich habe alles gut rausgenommen hier ich lege mal die sks munition bei dem noch rein ich gefunden habe nicht sks mosin meine fresse das ist aber doch ganz schön kaputt das kopf ja meins ist auch der mitsch und ich habe kein problem also erst reiner blick tommy da hinter uns ja dann lasst es mal auf jeden fall weitergehen ja warte mal lass mich die munition noch mitnehmen irgendwo spawnen ja ja wenn du gerade dir das ding fressern ich gehe mal nächsten ort und spotte ein bisschen das ist so albern ey das ist echt der zombie ist bei mir da hinter mir der trifft mich meine military sachen sind fast alle kaputt ich habe so viel munition jetzt so viel brauche ich nie wieder meine schuhe sind ruiniert hat der schuhe gehabt er liegt hier noch der müsste schon schuhe haben aber ich kann ja auch nicht mehr anklicken ich kann ja auch nicht ja schon so lange weg wahrscheinlich der hat übrigens noch eine axt gehabt hätte man sich vielleicht auch mal angucken sollen ja lass mal weg gehen hier also bis zur scheune da könnte laufen ich bin davor zumindest die scheune ja wenn er die straße weiter drauf kommt so eine kleine kleine rechts von der scheune bei diesem kleinen weil ich bin rechts von der straße auf dem kleinen wald stück ja ich sehe ich bin links davon sollten wir vielleicht immer so machen das war die in der ausschau halten und der rest ja wir retten im wald vor mir links oder rechts die wahrscheinlich links ich bin also denn es denn es ist rechts auf der seite da hinten rennt ein zombie wo rennt er hin wo ist der zombie auf der linken seite auf dem feld ist ein zombie der rennt irgendwo hin ja ich sehe ihn zu uns der hat mich angeknurrt oh hinter mir ist einer oder ist der zombie der den gerade hinterher gelaufen ist noch oh schuldigung mein fehler kriegt die olle nicht das kann sein dass das noch ein zombie ist der den zwei hinterher gewandt ist ja jetzt hat er auf den haupt irgendwo drauf da oder rennt da ein hase hinterher oder irgendwas ich glaube da rennt ein hase hinterher das kann sein ja der rennt irgendwas hinterher da ist ein hase auf der straße ja da ist ein hase ach gott schön lauf hase lauf jetzt seid ihr schön auf dem feld jetzt auf dem feld leider dann mal dem hase hinterher läuft der zombie direkt an mir vorbei ist ja lustig ja prioritäten setzen das botte lieber schoss auf den hasen es kommt da mir hinterher weil der hase nicht mehr als 80 genug ich brauche schule meine meckert die ganze warte ich guck mal da vorne ja der tut sich der meckert dann irgendwann drum aber meine füße tun wir da kann sein dass ihr immer die haxen bricht also warte mal ich gehe in den ich gehe in den kleinen waldhügel davor ja jetzt kommen wir nach balota an den weg rein eben das ist balota und dahinter sind er fehlt schon also ich bin hier in einem bus ja der andere hat sich auch einfach nur hingelegt ich stand genau vor dem er hätte ja was machen können wo ich den seinen puls gecheckt habe ja ja der war wahrscheinlich er war konnte glaubst du waren konnte ja komm wir gehen mal hier in das bauernhaus da vorne die scheune werden meistens schule drin sein das kennt die gudy noch das haus wieso hast du da füße gebrochen das ist das haus wo wir sie hingelotst hatten wo wir sie nicht gefunden hatten aber dann kommen wir doch direkt zum ersten brennen nachdem wir jetzt stehen und da abgeknallt werden endlich aber wir waren auch glaube ich keine schuhe warte mal